Und ich bin wieder da, und es geht weiter mit Minekraft, ich nehm mir die Chisel in die Hand, ich chisel hier mein Nieserstein. Ach lol, der bleibt drauf stehen, ok. Da lol, das ist ein Backpack für ein Item, für ein chiselbares Item. Also im Endeffekt ein Stack von dem chiselbaren Item. Das sind die grauen hier, die hier. Blue Netherbrick, warum eigentlich Blue? So blau sind die gar nicht, die sind grau. Also in dem Fall, weil sie ja in dem Fall so Stonebrick-Style haben. Jetzt mal ein bisschen Lava-Textur. Da, 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 da. jetzt muss gleich ausdenken die sich aufeinander ja das sind zwar die gleichen das ist das wird er jetzt hier der boden ja das wäre hier da oben der boden genau so ist richtig bräuchte ich nur eine decke für diese etage theoretisch er wird sich da unten gemacht sind die zielierten dinge ok hier ist dann nicht kurzzeitig so eine treppe die oberen beiden die ersten beiden diese dinge ja das liegt vielleicht an dem da ja nicht auf die euro verurschen warte mal hatte ich kann daran was sehen hör auf wie willst du es tun fuck ich bin froh dass ich meinen boden nicht dabei habe also nicht zum greifen nah böse auf ist ich wohne hier doch nur hast du was dagegen habe was dagegen dass ich in magical forest wohnen finde ich aber nicht sehr nett von ihm ich bin jedoch nur der magier von mir geht wisse energie aus und technologie zugleich so ein bisschen zumindest die waren es sehen zumindest genauso aus also müssten dies auch eigentlich sein schön den boden machen damit man darauf schön stehen kann schöne boden netherstein dann würde ich die nächste etage dann als genau 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 das brauche ich dann nicht jetzt wo ich da auch erst wenn ich die etage baue gut komischer weg hier passt dann jetzt alles ja natürlich ist hier auf der etage nicht genug licht dies war logisch da ich hier keine fackel habe da ich hier unten ja auch keine fackeln brauchte aber jetzt hier keine eigentlich könnte ich mal ich leuchte so jede etage ein bisschen anders jetzt brauche ich mal so ein okay wie braucht man die 1 2 3 4 fackeln 2 gold ein dia ein dia hier zwei gold und die fackeln sollte ich eigentlich eine fackeln 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 hier wird nicht lang gefackelt und fackeln hergestellt waren das ist sogar exakt 4 werden wir gleich sehen nachdem ich natürlich die dinger verarbeitet habe okay dann pack ich mal mein eisen weg mit zinnen weg mein kupfer weg und das schmilzt es wunderbar dahin ich fände es auch schön wenn mal mehr ärzte in minecraft eingebaut werden würden die ganzen ärzte von mythologie why not das mit dem smelter und so das können sie sich ja noch überlegen mit den dingern aber die ärzte wäre schon mal ein schöner anfang wahrscheinlich wollen sie im end keine ärzte haben kennen die ja kennen die ja für x-ray utilities hat die hat das hier eigentlich eine mitte nicht direkt ähm ja 1 2 da steht da 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ok dann hat der ding ist hier gar keine mitte das ist aber doof weil ich dir insgesamt mehrere kronleuchte anbringen müsste oder wie das system anders machen muss mit den kronleuchtern hatte f7 ist fast überall so dunkel wie scheint ok ich nehme mal hier den punkt oder nehmen wir am besten gleich hier den hier ich habe jetzt hier drüber ich habe noch mal hier noch ein und je nach einer theoretisch oder? hier in der ecke hier in der ecke hier in der ecke hier in der ecke ja das war ein bisserl doof finde ich nicht nett das sind jeweils jeweils ein tier jeweils 2 gold einmal einmal zweimal dreimal das reicht sogar grad noch so vom staub her und was wollte ich jetzt noch bauen? jetzt brauche ich noch jeweils vier fackern jetzt brauche ich noch jeweils vier fackern ich brauche mehr kohle ich brauche mehr kohle ich habe kohle blöcke alles gehört aber gut ja hallo hallo ich habe doch nur eine kiste geöffnet was ist denn da los? was ist denn da tief schief gelaufen? ich habe eine kiste im spielstürz gehabt ja genau so ist das geil nicht also ich bescheuere das ist jetzt im launcher der text steht von dem alten minecraft ich bescheuere update notes launch log profil editor und dann game output nochmal game output nochmal game output nochmal game output für jedes neue start ist neuer game output da drin warum löschen die alter nicht einfach? ist doch unnötig er hat irgendwann 80 mehr an rein da drin oh das video ist fertig hochgeladen das ist schön 14 8 2 1 4 0 4 46 ok ich habe mich eigentlich ah ich verstehe das ist dann wahrscheinlich aber kann eigentlich nicht sein also so ist das ja ok da wird jetzt der hochgeladen live hochladen so ist stadt geil ja so ist das geil ja so ist das geil meine kraft du dich öffnen wollen tun 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 ist doch genau jetzt ich deswegen aber yer sehr wenn ich stream kann man ja nicht auch so sehen oder so nie das geht nicht jetzt aufzuladen so starten auf der seite bleiben brauche ich geklickt also das hätte mich da weiter gelingt eigentlich ist das mal verringern aber eigentlich ändert es auch überhaupt nichts so ich brenne mir mal ein bisschen silberholz ist das eigentlich herr geht sogar ich nehme mal stack eiche und wettert verbrennen mit 9 brennvorgänge dann muss ich zwischendrin noch mal acht reintun 1 2 3 4 5 4 7 8 obwohl warte nächsten zehn brennvorgänge soweit ich weiß also muss ich dann zwischendrin noch mal acht reintun also soviel exakt 16 theoretisch müsste exakt das fertig werden was mir gerade einfällt ist ich benutze gar kein kohleofen mehr bin ich schlau es war kohle ran holen und dann ich bin jetzt ja gar kein kohleofen mehr ich hab da drauf nutella auf brot ein vier fackeln zwei drei vier also drei tor drei sticks ja lol jetzt habe ich schon genug holzkohle ok lava scheinbar alle ich finde es echt doof dass die anzeige nicht gescheit mitkommt so könnte ich jetzt kann ich jetzt hier bm 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 machen kann ich hier die drei reinlegen dann kann ich ficken sagen weil ich wo ist mein eimer oder wo sind meine eimer ich fühle jetzt alle ich trinke jetzt alle meine milch eimer aus schön hallo welch mod bist du mit der striker warum wurde das wir kaffee ein dunkler kaffee aus dunklen kaffee kann man dunklen kaffee machen das macht keinen sinn dunklen kaffee kann wieder kaffee machen kaffee latte oder was ach so auch aus kalten kaffee kaffee puder mal einen kalten kaffee aus 0 aus 0 kann man kaffee machen ich glaube nicht dass 0 was sein sollte was man kaffee machen kann kaffee kann aber gut soll ich jetzt einfach trinken oder soll ich jetzt sinnvoll verarbeiten ich weiß nicht wie viel ein kuchen insgesamt teilt 1 2 3 ein kuchen 1 2 3 2 kuchen 1 2 3 3 3 kuchen 1 2 3 4 kuchen und die anderen einfach nicht mehr alle außerhören alter ja mama iwita lehrmann dann tue ich mal die hier wieder rein und dann nehme ich mir jetzt was brauche ich alles brauche weizen nehme mir am besten gleich ein ganzes stack ich brauche eier nicht am besten auch gleich ein ganzes 16 das deck ja ich glaube das war es auch zucker oh da habe ich ein niederstein dabei ich habe eigentlich so abgebaut dass keine niedersteine rauskommen was soll denn der scheiß ok dann packe ich den jetzt mal weg fangen wir hier mal ein paar milch einmal rein so drei paar ja drei sind ein paar ah ja genau jetzt brauche ich noch zuckerrohr nehme ich mir hier die pflanzenkiste gleich auch ein ganzes stack mit gut dann regle ich dazu dass ich mir die wieder rausnehmen kann die hier rein getan habe 1 2 und in der drin schmeiße ich einfach auf den boden und sammeln dann ein also auf 1 ah ja genau äh da raus 1 man braucht jeweils zwei zucker das ist ja schon mal einer 1 2 3 davon 3 davon und einem ei nicht einem zuckerrohr und einem ei macht man einen kuchen die lüge so dann 2 rein 2 eier jetzt wieder die 3 milch einmal macht man noch einen kuchen dann wieder die 3 milch einmal macht man noch einen kuchen dann wieder die 3 milch einmal ah dankeschön so dann wieder die 3 milch einmal ein ei und weizen macht man noch einen kuchen und jetzt hat mal wer gesagt der kuchen ist eine lüge dankeschön mit die oberfragmenten fragmente nicht ganz berufstückchen so sagen ist kein esserstein mehr ab warum sucht er so lange und findet nichts also kann ich ja auch einen ziegel anpacken theoretisch aber egal den trauen auch also pack ich nicht rein also eier können weg das kann weg das kann weg so schnell arbeitet er nicht schade da arbeit er mir noch zu lange sein finde ich schade mal ne frage natürlich passen die nicht immer ganzes wetter natürlich dann pack ich das weg, das weg, das weg das weg jetzt immer ganzes wetter ja jetzt passen die komplett rein dann habe ich noch einen slot frei gut dann werde ich mir mal ganz viele lava einmal holen nehme ich alle die ich gerade dabei habe mache ich alle zu lava weil dann habe ich ganz ganz viel lava so ganz ganz viel lava auch schon 20 minuten mh ok im nächsten Fall geht's weiter tschüss